So, meine Damen und Herren, willkommen hierher zurück. Ich habe gesehen, es ist ein Problem, ich habe nicht verlesen. Und zwar haben wir den Bestand von tausend, die wir einhaben können, aber besitzen tun wir nicht. Das ist ein kleines Problem. Deswegen müssen wir uns jetzt Hafer auch noch kaufen. In unseren Big Packs. Also zuerst brauchen wir Streu oder Ho? Jetzt muss ich mal gucken. Boah, Hoi. Brauchen Stroh als ein Streu. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Stroh. Ah ja. Ja, kann man hier nicht viel ändern. Jo, möchte ich bitte. Dann brauchen wir ein Big Pack. Mit Hafer. Jo, kaufen. Dann brauchen wir... Das ist jetzt 35... 37... 25 kmh, 18 kmh. Ich glaube, ein Gabelstapler kann man trotz... Naja, obwohl, kompakt ist ja gut. Ne, wir machen Gabelstapler. Wir machen Gabelstapler. Gabelstapler ist was Neues. Genau. Ja, Gesundheit ist... Geld geht in den Runden. Bei einem... Gesundheit... Äh, Preis von 2.900. Gibt es nicht viel, aber... Wir gucken erstmal... Leidt die Bank uns noch ein bisschen Geld? Ja, sie leidt uns. Das ist sehr nett. Deswegen machen wir mal ein bisschen mehr. Ähm... Kann man an dem noch was ändern? Nein. Money... Ach, von Money too. Gut, man könnte auch eigentlich mieten... Erstmal, oder? Obwohl... Wir sind reich für den Witch. Haben wir nicht mehr verkauft. So. Dann bleibt der erstmal stehen. Mh... 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 Okay. Bloß das Zoll kann ich jetzt damit transportieren. Ich hoffe, es bleibt oben. Also, ich mache immer in der Außenperspektive. Und wir gucken jetzt erstmal drin nach. Mh... Lautsprecher zwischendurch. Okay. Sieht nett aus. Und jetzt machen wir das Ganze mal von draußen. Sicher, sicher. In der Position 1 natürlich wieder machen. Die wichtigsten da. Aber wir gehen langsam in die erste Nacht rein. Und warum ich jetzt so mit... Ähm... Mit dem Gabelstapler hier hin und her fahre. Es ist einfach besser, als wenn ich... Äh... Wenn ich einen Einsteuer brauche, bin ich am Arsch. So. Wir biegen hier jetzt ab. Auch wenn man gerade nichts gesehen hat, wo es ganz, ganz leise was gehört hat. Das hat ihr wahrscheinlich nicht gehört. Ich weiß es nicht. Wie lautsteiger jetzt ist. Ey, man sieht jetzt nichts. Man sieht jetzt erst was. Und jetzt gucken wir mal. Hier gucken wir mich. Fuck. Kurzút... Hm... 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 Tiergereierfliege... Totale Mischung... Boah, Pferde. Das geht nicht so Aber ich darf das dorthin? Nein, das wäre auch noch eine Möglichkeit Aber dann bin ich im Arsch Nein, im Arsch Mist Mist, 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 Mist Nee, den nicht Äh, hier Die Haltung Äh, wo da Mischwagen Einstreu für Das Boden ist der Kühe 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 Es steht überall nur Kühe da Jetzt bin ich echt im Arsch Hm Das ist doch Stroh hier Ich hab kein Heu Stroh Sonst muss ich mir leider Oh, wo ist denn das? Den hier kaufen Aber das ist ja auch nicht teuer Ein L12 Ein L12 Was ist denn ein L12? Was ist denn L12? Schmetterling Oh, das ist ja geil Das müssen wir jetzt mal schnell googeln Alles 19 Äh Pferde Stroh Stroh für die Kühe Wirtschafts-Zumland 2019 Ähm Ähm Englisch-Tolz Jetzt hab ich mir ein Video angucken oder was Medien Dings ist aus Nee, hey So Dann werden wir Was werden wir in der Zeit machen? Wir haben aber wahrscheinlich nichts machen können Außer den Zug mal wieder anhalten Jetzt werde ich mal gucken Strohbein pressen Nein Ich will Ah Stroh auf Heldekuppe Dann können wir Den hier erstmal wahrscheinlich Ja gut Die haben ein Dinges Und die haben einen Frontlader Drauf gehauen Ich brauche Okay Okay Ah, den können wir erstmal abgucken Koppeln Den, ja Leute, ich mache das alles mal vor Fürs nächste Mal Äh, ich würde mal sagen Wenn euch der kurze Part gefallen hat Äh, lass mal doch nach oben Wenn ich den noch nach unten schreibe In den Kommentaren Ich glaube, meine davon sind es auch nicht Wie gesagt, ich bereite jetzt alles vor Für das nächste Mal Und dann bis zum nächsten Mal Sagt euch, wenn sie Tschau Tschau Tschau